Kennen Sie das Problem, dass der Winter schneller kommt als die meisten denken? Unser Winterpflegepaket mit Reinigungsflüssigkeit nachfüllen, Türschlösser und Gummidichtungen gegen Einfrieren behandeln, Scheinwerfer einstellen, Heizsystem prüfen, Scheibenwischer und Wascherlade prüfen, Heckscheibenheizung prüfen, Motorölstand prüfen, Schnellketzen prüfen und Scheiben reinigen, ist die Lösung des Problems und kostet nur 49 Franken und das für alle Automarken. So viel Sicherheit für so wenig Geld. Zu haben bei jeder VW, Audi, Seat und Skoda Vertretung. Und den habe ich noch gratis dazu bekommen.